Ich hab keine Lust mehr. Ah, ist das gut. Ne, ist nix gut hier. Doch, ist sehr gut. Kommt der jetzt block dazwischen? Kommt der hier zwischen den Blades? Ne, hinten. Der kommt ganz hinten, um die Welle, die ich freigelassen hab. Hinten. Also es ist so ne Art wie ein Dynamo. Genau. Also so ne, ne, neun mal neun, aber die Mitte bleibt frei. Ja, genau. Also dreimal drei, Entschuldigung. Warum sind hier keine Monster? Also so, wie ich jetzt im Stream geschickte. Ah. Okay, also sollen hier irgendwo diese fetten Viecher rumfliegen? Ich find keine. Ja, sag doch gleich, dass du mich meinst. Ja, genau. Da drum, um die Welle rum. Einfach tap, 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 tap. Und dann halt vier Stück. Tap, 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 tap. Und jetzt, also vier, vier Reihen davon, ne? Deswegen hab ich hinten vier Reihen freigelassen. Das ist nicht. Achso, du meinst dann also 36 insgesamt. Bin ich blind? Aha. Is my shit. Ah, ich habe glaube ich eins. Justin. Ja. Was sind? Sechs, sie, acht. Was sind acht, ne? Vier mal acht sind? Acht, sechzehn, vierundzwanzig, zweiunddreißig. 36. Ich hab gerade was anderes gerechnet. Ich hab neunmal vier gerechnet. Ähm, sollte ich hier Gast fangen? Ein Gast? Ja, Gast. Okay, ich hab einen. Gast, genau. Ich bin schon so... Juhu. Aber du musst dann auch berechnen, dass das Ding ja groß ist. Ich hoffe, ihr habt genug Platz, dass die Dinger spawnen können. Äh, nein. Das mach ich jetzt. Ich kümmere mich dran. Du musst es nochmal anbauen, ne? Ja. Manko dann. Also, dann halt einen Manko. Du kannst jetzt schon wieder einarbeiten zu geben. Ah, neul. Läuft. Oha, was ganz großes. Du musst du ganz bisschen bei uns im Gaming Minecraft kaufen kannst. Anscheinend schon. So. Ist ja Vollkoll. Vollkoll? Weißt du, was ich jetzt baue? Ja bitte, ne? Das reicht mir. Das reicht mir. Nur die Crit? Ne, ich baue jetzt eine automatisierte nur die Crit-Bau-Farm, ja. Na komm her. So. Ich brauche einen Export, ne? Wenn ich da was importieren möchte. Äh, der Export exportiert aus dem ME-System. Der Import importiert in das ME-System. So. So merke ich mir das immer. Das ist. Weil normalerweise sagt man ja Export, das heißt ja raus, ne? Also. Genau. So verwechsle ich das auch immer. Deswegen, ich sag mir immer, ich exportiere aus dem ME-System und ich importiere ins ME-System. So. Und der Sichtweiter immer. Der Sichtweise. So. Hä? Hä? Hier hast du noch Items drin. Wo? Der Alloy Smelter hier. Wo? Der Alloy Smelter hier. Wo? Ich muss gleich die Monster ausstellen, wenn ich hier fertig bin mit dem Monster-Spawner. Nicht, dass mir dann erstmal die Gas um die Ohren schießen. Das wäre ganz Nietzsche. Naja. Vergaß dich, Kipper. Oh. 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 Es tut so weh. Aber der ist gut. Nein. Nein. Ich weiß. Oh. Da ist jemand geflogen. Oder was? Zack, Zack. Bist du noch da? Bist du noch da? Ja, aber ich... Achso. So. Okay. Oh. Wie mache ich denn das, was es schneller macht hier, dieses... Ich wollte ein Home-Set machen oder Set-Home. Okay. Ich glaube, Set-Home funktioniert nicht. Ich glaube nicht. Das müsstest du mit den Markern. Ja. B und der Marker. Genau. Durch dieses... mit Döns. Wie mache ich denn das Export-Ding schneller? Mit Beschleuniger-Karten. Ja. Wie heißt denn die? Fuzzy-Karte? Beschleuniger-Karte. Ich kenne die... Beschleuniger-Karte. Die wir auch beim ME-System haben. Im ME-System. Äh, im ME-System. Äh, Acceleration-Karte? Ich könnte... 41, 32, Doppelpunkt 30. Ja, dann ist das die Acceleration-Karte. Ja, Acceleration-Karte. Wofür ist denn die Fuzzy-Karte drin? Ähm... Klär uns auf. Fuzzy-Karte? Wenn du mir eine Nummer gibst? Äh, äh, äh... 4132, 29. So. 23... Dann 29? Ja. Ungenauigkeits-Karte? Ähm... Kann sein, dass das so übersetzt heißt. Ja? Ist das so ein Viereck... mit einem kleinen Viereck in der Mitte? Ja! Tja, für die kann ich die beim besten Willen auch nicht passen. Achso, ähm, ich glaube... Wie hieß die nochmal auf Deutsch? Und... Ungenauigkeit. Achso! Ungenauigkeit. Ne, dann... Dann hab ich auch keine Ahnung. Ich hab gedacht... Das wäre eine andere. Andere ist die Produktions-Karte. Die wird ja eingesetzt, um... herzustellen. Genau. Was du auf Abruf herstellen willst? Mhm. Schick, 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 schick. Ach, schön. Alex? Ja, bitte. Ist dir schon jemand, dass ich dich hasse? Warum? Musst du viel arbeiten? Ach... Entschuldigung. Ich muss den Heimkiller ja auseinander nehmen. Ich hab mir ganz viel Mühe gegeben, damit du wenig zu tun hast. Mühe? Kein Problem gibt es. Doch, wir haben so viel Energy. Jetzt nicht zu groß, was du da baust? Oder baust du da noch einen dran? Sollen die da oben? Ähm... Ich werde... Also, ich baue jetzt erstmal einen ganz großen. Und gucke einfach... Und hoffe, dass die dann auch reinpassen. Und schlimmstenfalls kann man den dann ja auch nochmal unterteilen. Wir werden ja nicht immer Gasts hier spawnen. Es wird automatisch ein Hirn hergestellt. Oh... Juhu. Hat er es geschafft. Ja gut, unser Keller sieht dann natürlich dementsprechend auch superschön scheiße aus. Ach, das machen wir nochmal schön. Nicht. Irgendwann, wenn Zeit ist. Das machst du dann, Alex. Sind... sind... Du musst definitiv groß genug. Nur, du musst ja auch irgendwas haben, was die killt, ne? Jaja, das kommt alles noch. Das kommt alles noch. So. Ich wollte erstmal den Rahmen fertig machen, schnell. Jetzt habe ich erstmal einen Deal automatisiert. Muss ich nur noch dafür sorgen, dass Plymatic das da ist. Neu... Elfstück, oh Gott. Oh ja. Oh ja. Ähm... Das ist... Man braucht einen Enderium-Block. Drei Stück davon. Zwei Blaze-Po... Äh... Zwei Blaze-Po... Zwei Blaze-Po... Und Plutonium. Diese stellen wir gerade hierher und das dauert einfach mal pro Waren zwei Minuten. Mh... Ausgerechnet dann... Wenn man keine Zeit hat. Was? Hey, durch meine Erklärung wohnt gerade sechs. Wundervoll. Oh, Alter. Ich könnte kotzen. Die wollen alle wissen, wie man Ludikrit herstellt. Ja. Ich höre... Ich höre nichts. Sagst du gerade was? Schini. Schini brauche ich. Ich brauche Schini. Oh, hier ist schon mal. Oh, rein. Komm. Cool. Er soll wieder weg. Schini. Oh ja. Schini aus der Zahn. Spawn. Ich wollte gerade gucken, was hier eigentlich alles... Was wir nochmal hier brauchen. Alles. Ein Malwerk. Okay. Und den Spawner. Hui. Hab ich schon gesagt, dass ich Alex hasse? Ne, warum? Aber jetzt weiß ich es ja. Auch nicht warum. Ich glaube, da war was, was er mir eigentlich schon die ganze Zeit sagen wollte. Ja, richtig. Weil er es nicht getan hat, weil er gesagt hat so... Lass den Justin mal. Lass den mal. Also, das ist... Ich glaube, da hast du dich fürhört. Erstmal darauf ein Bacon Cheeseburger. Echt? Den ich hergestellt habe. Mit Liebe. Nur für dich. Hm. Ähm. Indigenous력 referenced. Ah ja... Gen? No, 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 no. All of my notes. End of Myέρves. Pyro Theum Dust Bitte Oh, ist das schön Ist das schön, wenn man Blaze-Port hat So 135 Ich glaub, das reicht grad mal für 5 Entschuldigung, okay Ich werd das grad Halt dein Maul Ach, warum? Ich versteh gar nicht, was du hast Oh Oh, uns fehlt Lohe Oh, uns fehlt aber dringend Lohe Wie kriegen wir am besten Lohe her? Ja, was mach ich denn schon? Achso, versuchst du grad Lohe herzustellen? Nein Also, ich hab euch Ist ja nicht im Blaze-Powder-Dinge drin Wieso haben wir kein Tin mehr? Ach da Ich mein ja immer Ist ja nicht beim Enderman drin, ne? Könntest du mir dann 2 Magma-Cream herstellen? Achso Weil wir brauchen ja noch die Gasts Die würde ich gerne nochmal Spawn Danke Magma-Creme- ceased mal Ja, ja. Tutum, tutum. Dein Papal. Tutum, tutum. Tutum, tutum. So, Magma-Creme ist im Dingens. Verbrenn dich nicht dran, wenn du sie aufträgst. Nein, mach ich nicht. Verbrenn dich nicht dran, wenn du sie aufträgst. Och, nee. Oh Gott. Ich bin so down. So, der jammert jetzt auch. Was, der jammert jetzt auch? Der jammert jetzt auch, genau. Jammerster Hammers. Also wirklich. Moment, ich muss mal... Nein, ich puppel mir nicht in die Nase. Ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Weißt du, sobald du ein bisschen Musik verwendest, ja, auf YouTube, hast du sofort, dieses Video wird weltweit gesperrt. Jedes Mal aufs Neue? Mhm. Ich freu mich drauf. Hab letztens no Copyright Musik verwendet. No Copyright. Dieses Video wird weltweit gesperrt. Geh mal. Geh mal. Geh mal Bier holen. Du bist schon wieder hässlich. Oh Gott. Bitte nicht sowas singen, okay? In cyber. Und der Alex ist wieder schön. Ich bin nicht schön. Das klappt nicht. Was kann man eigentlich aus diesen Ender-Fucking-Pearl-Dust machen? Kann ich daraus wieder irgendetwas craften? Rob of my notes. Wo machen wir denn diese Scheiß-Powder? Ach, komm schon. Danke. Ich glaube, das kann ich in eine Schmelze reinschmeißen und daraus flüssiges Ender machen. Bin mir aber nicht sicher. Ender-Blend? Ups, entschuldige. Ach, Ender-Blend. Guck mal, mit resonantem Ender und Pulverish-Shiny, Pulverish-Tin, Pulverish-Silver. Klapp doch. Ja. Schmelze ich mal kurz. Ender-Man-Köffer ein? Ne, das nicht. Ähm. Ja. Sekunde. Kriegen wir... Bitte. Flüssigkeit im Eimer, wenn man das in eine Schmelze reingibt? Das wäre nachzufragen. Ich höre nur dieses Lachen im Hintergrund. Das wäre nachzufragen. Mich düngt diese Frage immer wieder aufs Neue. Enderium, kriegt man das ins Eimerchen? Mit dem Löffelchen. So. Jetzt brauche ich nur noch Ender-Flüssigkeitsleitungen und ich hoffe, es klappt alle so wie es soll. Ich meine ja nur, weil wenn es möglich sei, ja... Aber wie kann man am besten diese blöden fliegenden Gast töten? Weil die fliegen ja... Ja, Endering und hinterher rennen, ne? Muss ich das jetzt etwa die ganze Zeit machen? Ja. Aber das ist doch... Ach egal. Zeitverschwendung? Genauso wie Ludwig... ...bau... Jaja. Stell dir das mal vor. Jetzt fliege ich da die ganze Zeit hinterher. Die blöden Viecher. Ja, das war Ludwig-Flu-Flu-Flu-Flu-Bau. Nein. Ich fliege denen hinterher! Hey! Resident Ender haben wir hier drin. Ich habe grad Megaspaß hier, ne? Gehe ich im Bucket? Bookit. Bookit? Bookit.com. Was? Bookit.com? Komm. Also, komm. Warum komm? Warum nicht DE? Bist du rassistisch? Bist du gegenüber den Menschen rassistisch, die DE haben? Ich bin einer, siehst du, ja. Siehst du, hab ich doch gesagt. Nein. Doch. Ich glaub, wir haben gerade unsere Probleme mit Enderium gelöst. Wie? Wo ist der Einmal hin? Keine Ahnung. Okay, never mind. Das Ding wird nicht eingezogen. Scheiße. Scheiße. Nein. Ender-Powdel. Was kann ich denn mit diesem Ender-Blend? Nee, Enderium-Blend will ich nicht haben. Was haben wir denn? Es muss doch irgendwo Ender-Pearl-Powder geben. Ender-Pearl-Perle. Perle, ja. Ja, ich finde hier nur Ender-Pearl. Aber was man mit dem Powder, was man mit dem Powder machen kann, gibt er nicht aus. Upsala. Hilfe. Ich muss diese blöde Monster-Falle mal zu Ende hier klatschen jetzt. Nein. Habe ich keinen Platz mehr? Doch, müsste ich. Ich glaube, dieses Ender-Gurl. Ender-Girl? Powder können wir wegschmeißen. Damit können wir, glaube ich, nichts machen. Und warum hast du das hergestellt? Och. Wenn ich das wüsste. Okay, Mama. Mama. Du hast gesagt, ey, Justin, wir haben zu viele Ender-Pearl. Mach mal daraus das. Ach so. Ich habe gedacht, du hättest irgendwas Wichtiges daraus gemacht. Aber so verstehe ich dich ja. I believe I can fly. I believe ich muss Looting zerstellen. Ah! Daraus kann man wieder Ender-Pearl machen. Nicht Deck-Schwalzen. Nein! All of my lips. All of my lips. Nope, nope, nope. Ach, guck mal. Wir haben wieder Ender-Pearl. Sehr gut. Siebenstück. Geil. Der hat die Paar. Okay, ich weiß nicht, wie das mit den Gasts hier sein wird. Am Ende des Tages. Die werden auf jeden Fall nicht oberflächlich spawnen. Die werden nur in der Hölle spawnen. Wir probieren das gerade mal. Ja, soweit ich weiß, werden die nur in der Hölle spawnen. Okay. Blazes können ja hier spawnen. Und dann haben wir hier ganz vergessen. Kann ich irgendeine Blaze-Rods herstellen? Platze. Kann ich euch irgendeine... Mit Wachs und Plastik-Holstuhl? Gesundheit, mein lieber Herr Gesangsverein. Ich glaube, ich kann Blaze-Rods herstellen. Ach, danke. Gesundheit, by the way. Mein lieber Herr Gesangsverein. Ich brauche nur Wachs. Ich brauche nur Wachs. Ich brauche nur Wachs. Gib mir Wachs. Gib mir Wachs. Wie hieß die? Candelilla. Ach, Candelilla. Candelilla, ja. Haben wir davon was? Ähm, gegebenenfalls. Äh, nein. Haben wir nicht. Ach, das ist... Äh, nein. Wo kriege ich diese Candelilla her? Ähm... In der Wüste meistens. Ich sehe dein Gesichtsausdruck schon. Das ist so ein richtig schönes, stilles Schweigen. Hach, finde ich das schön. Äh, was? Wo kriege ich das her? In der Wüste. Ich sage es ja nochmal. Was atmest du so schwer? Hast du irgendwie... Irgend so eine Krankheit oder so? Au. Da kommt der Tietmaat. Woher kommt das ganze Candelilla? Ach, ich kann auch Vegetable Vex machen. Dafür brauche ich nur Cooked Oil. Genau. Für Cooked Oil habe ich gerade Bäume aufgestellt, damit wir Öl herstellen können. Das ist Ölbäume. Ja, beispielsweise. Okay, das klappt tatsächlich nicht. Olivenbäume. Oliven. Wie viele Platze haben wir denn schon? Wie viele Platze haben wir denn schon? Das ist nicht viel, ne? In der... Ich mach mal an den blauen ME-Terminal. Ja. Mach ich mal das Rezept für die Blazes hin, ja? Ja, mach das. Ich hab' nicht gedacht, dass das alles hier so anstrengend sein wird. Ach, nee. Echt? Also... Ich meine, für mich jetzt, ja? Ja, ja. Ja, ja. Hab' ich immer gesagt. Diese... Zum Glück verbraucht ich nur ein Shiny, ja? Also... Okay. Oh, Slackjack is... Oli spawned auch hier. Ja, irgendwas ist da... Hab' ich ein Problem mit dem... Hab' ich aber mit dem anderen Add-On auch. Okay. Ach, da ist irgendwas, wenn ich raustappe, ne? Also, wenn ich raustappe. Was, 7 oder 8? 10. Oh, 10. Du durftest eigentlich nicht... Guck mal, wenn ich raustappe, dann. Shit. Guck mal, wie viel ich herstellen kann. 3. Du darfst dreimal raten, was hier spawned, Justin. Was? Ja. Geil. Ludi! 1, 2... Nein! Oh, wir haben weitere Tränen, wirklich krass. Wie viele Tränen brauchen wir denn? Also... Wir können auf jeden Fall ein paar gebrauchen. Also so 20, 30, vielleicht 70 oder 100. Okay. Ja? Ich meine, ich kann die leider nicht in die... Ähm... Wie heißt das? In die Zerstörer reinbringen. In die... Mühlen. Von daher muss ich die alle selbst töten. Was ja in der Wecke genug ist. Ich meine, ganz kurz... Ich muss sie mal ganz kurz ausschalten. So, ich brauche jetzt, ähm, meinen Magneten. Das sieht so lächerlich aus, wie er immer dahin fliegt und einen Block hinzieht. Ja, es waren vier. Naja, gut, drei waren es. Das sieht so albern aus. Das war besser. Nein, 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 das meine ich ja nicht. Ich weiß ja, wie schwer das ist, diesen Mist da herzustellen. Es ist schön, mal, äh, auf der Beobachterseite zu sein, ne? Ja, Alex. Ja, bitte. Mit was? Ich verstehe gar nicht, was du für ein Problem hast. Dass das Licht checkt, dann kommt und sagt... Wir machen mal eine Turbine von 15. Ja, wie lange sitzt du denn jetzt schon dran? Zweieinhalb Stunden. Siehst du? Da können noch zweieinhalb Stunden mehr rein. Und das ist zweieinhalb Stunden mal 15. Das wird ein Jahrhundertprojekt. Also, wenn du den ganzen Mist erstmal vorproduzieren lässt, also sowas wie das Lucrit, dann geht das eigentlich, ne? Ist das alles nur halb so wild, ne? Eloise-Milter, 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 Eloise-Milter. Der Reaktor macht 81 RF pro Tick. Da kannst du da bestimmt 20 Turbinen dran schließen. Wenn du den jetzt umsetzen würdest. Joa. Dann hab ich mal gehört, dass der Justin jetzt 20 produzi... Was? Äh, so, pass mal auf, wo bist du denn? Dann hol ich mir vielleicht schon mal ein paar Tränen. Ich pack die alle ins ME-System aus der Entferne. Ah! Wir haben so Drahtlos-Verbindungen. Ein paar haben wir schon. Export, 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 export. Das reicht, glaub ich, also... Für die Dinge fackeln, da dürfen wir schon ein paar von herstellen. Sehr gut. Da kann man sie doch... Oh, nur noch einen ist das schön. Ja, noch einer Tod. Es kommen immer mehr. Wusste gar nicht, dass man diese Tränen braucht. Das ist auch irgendwie... Was ganz Neues. Ja, also im Endeffekt, irgendwo, irgendwann brauchst du alles. Irgendwann mal. Das ist voll krass. Warum hast du denn ein Missing Channel, Mama? Oh, nee. Alles schon eingestellt und jetzt sagt er mir, Missing Channel. Jetzt ist er angeschlossen, ey. Hm, Missing Channel, oh. Missing Channel, dann nutzen wir den Dance-Cable. Okay. So, ich lasse mal den wilden Kampf jetzt gerade ruhen. Nico, was machst du gerade eigentlich? Ach, ich bastel hier so ein bisschen was. Ah, okay. Du machst das so schön aus dem Hintergrund. Aus der Lue, nicht geklappt. Aus der Lue? Ja. Aus der Lue? Er hat den Witz verstanden. Ist ja krass. Oh Mann, ich hab dir keine Lust mehr hier. Er sagt die ganze Zeit, Missing Channel. Ich hab grad meinen Spaß mit dir, Justin. Ich muss grad die ganze Zeit irgendwie schmunzeln. Ich weiß gar nicht, warum. Ach, weiß ich auch nicht. Du, äh. Und. Du, äh, und. Ach so. Missing Channel, Mama. Ah, Gläskabel. Lieber Alex. Ja. Hast du auch ein paar Missing Channels? Nö, warum? Ach so nicht. Ich darf das hier nicht anschließen. Hier sind zu viele Kabel im Weg. Boah. Lecken Sie meine chinesische Nudel. Hören Sie auf zu lachen. Nicht witzig, nur Fanny. Oh doch. Fanny Frisch. Äh. Ich such den Nico gerade, aber. Oh, der ist bei Fanny Frisch untergekommen. Der ist Cast Away gerade. Cast Away Down. Wo ist er denn? Oh. Was hat man denn hier noch eine Verbindung hingebaut? Da braucht man doch gar nicht. Fecht damit. Werde. Online. Gehe. Online. Ähm. Also ich bin ganz oben in der Luft. Ich weiß nicht wo. Ich schwinge mich gerade vom Balkon zu Balkon. Ist da gerade was kaputtgekommen? Ach, du bist unten. Ach so, du bist außerhalb. Ja. Ach so. Ach, sind die Monster hier hinweg, oder? Äh, nee, 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 nee. Ich hab's so wieder angemacht. Weil der Justin irgendwas brauchte, aber ich weiß nicht mehr was genau. Please. Komm, flieg mir nach. Okay. Ich hab Angst. Oh. Bist du jetzt online, oder sagst du immer noch, Missing Channel. Ach, du warst offline. Ach, das ist so krass. Oh. Alter, sieh was. Robau. Jetzt sagen beide Missing Channel, was ist denn das für ein Dreck? Das ist so die Bad Höhle. Was, was hat denn das für ein Dreck? Geil. Das muss noch viel größer werden. Einfach mit dem Hammer auf, nein Gott. Ich kann ja eine Quarry hinbauen. Ich glaube mal, der hat zu wenig Connector. Den Dance-Cable braucht, aber ich kann gerade keinen Dance-Cable.